Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks. Wir spielen den deutschen TD Jagdtiger... Ja, den deutschen TD Jagdtiger, Punkt. Stufe Tier 9, auf der Karte Westfield. Und was ein Glück, wir haben keine Artis. Und wir drehen uns aber im Kreis, haben ein... Gut, ich sag jetzt nicht, was ich mir gerade denke, hingemalt. Ja, wie gesagt, keine Artis. Könnte eine gute Runde werden. Einziges Manko. Gegnerteam hat eine Maus. Und einen Schulbuswerfer. Und da muss man schon blim, blim. Wir müssen nur richtig in die Position kommen. Ah, die schießen können. Habst du spät geschossen? Ja, scheiß Winkel. Scheiß Winkel zur Maus. Der stand auch ein Schluft. Der ging voll durch ihre Panzerung. Komm doch lieber zurück, Keule. Oh, der blöde E-Mail schießt natürlich. Das Schöne am Emil ist, der ist genauso eine Weichblöte wie der Amex. Ja, aber das Problem auf der Position, die Lower Plate ist doch ganz schön offen. Ähm, und das ist normal nicht wirklich die stärkste Panzerung beim Jagdtiger. Na, Emil, bist du so freundlich? Na, komm, Emil, komm rüber, komm. Bitte, 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 tu mir den Gefallen. Ja, ich würde sagen, der Schulbuswerfer ist weg. Ich würde jetzt nur echt dufte, wenn der Ebel noch rüberkommen würde. Aber den Gefallen tut uns gar nicht. Ja, irgendwie. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, wir können hier ja nicht. Ja komm doch ein Stück Emil Sei doch nicht so feige Ich will doch nichts böses von dir, ich will dich nur töten Was ist da hier? Ja Komm Emil Komm nicht rum Uh, da hinten ist noch was Jetzt würde ich den T30 Force War fahren Das wäre echt scheiße Die ging wieder in Dreck Feuer, Luft ist erteilt, Ziel verloren Schade, 1,6 nur Hat auch unten ein paar böse Löcher drin Wenigstens mit Plus rausgegangen? Ja, ein bisschen Plus Ah, war ne Scheißrunde Sag ich offen und ehrlich, war ne Scheißrunde Da war mehr drin Gut, ich sag danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Runde 4 3 5 2 ón